Season 7 war, glaube ich, die letzte Season, die ich gespielt habe. Ja, Leute, ihr tut gerade so, als hätte ich noch nie LOL gespielt. Ich habe schon LOL gespielt, da war die Hälfte von euch noch flüssig. Oder ähnliches. Ich habe LOL gespielt, da sah das noch aus wie Tetris. Wer, was ist das? Was ist das? Kenn ich nicht. Ah, da steht sogar auf Way. Oh, einer ist gelieft. Schacko. Oh, nee. Oh, nee. Dann ist der Brand Support und das ist wahrscheinlich Mitte, oder? Egal, wo gehen trotzdem rein. Wir spielen die IG Leblanc. Das ist der Skin, der gekommen ist, damals als Fnatic 3.0 aufs Maul bekommen hat im Finale, glaube ich. Das Gegnerteam sieht schon strong aus, aber wir haben auch richtig nervige Champs mit Rengar, Jax und Heimerdinger. Hallo, hallo, stopp. Gibt jetzt ein bisschen Werbung auf den Ohren. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ich habe was mitzuteilen und zwar hat Audible mich gefragt, ob ich nicht mal ein bisschen Werbung für deren Seite machen möchte. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, ich will. Audible ist eine Plattform, wo man sich Podcasts und Hörbücher anhören kann und das Ganze eigentlich von überall. Das Schöne ist, natürlich gibt es ein krasses Premium-Angebot, aber wie immer gibt es auch hier eine richtig schöne Testversion. Wir können das Ganze nämlich 30 Tage kostenlos testen und als Amazon Prime-Mitglied sogar 60 Tage. Wenn das nicht was, was ist, dann ist weiß ich nicht, was was ist. Du verstehst? Ob du verstanden hast? Auf Audible gibt es im Hörbuchbereich natürlich schon Klassiker, aber jeden Monat kommen da natürlich auch Highlights raus, die dann auch gefeatured werden. Wie zum Beispiel Pfeife auf den Prinzen, ich nehme das Alpaka. Oder wie das Audible-Original Wissen unterm Kisten schlauer einschlafen, Staffel 1. Das ist für mich eigentlich ganz super, weil ich nicht einschlafen kann, ohne was zu hören, verstehst du? Oder für die Spannungsfreunde der Bücherdetektiv, ne? Nicht wahr? Hier, hör mal. Und vielleicht hat die ein oder andere Person von euch hier schon mitbekommen, ich mache jetzt Podcasts. Und zwar mit Aria Adamse, also mit Aria Adams. K.A. Kuschinski und Adams. Und das ist ja ein Ding, die findet man hier ja sogar auch. Und auf Audible könnt ihr euch den ganzen Bums auf jeden Fall die Ohrmuschel zimmern, das ist ja wohl super. Wenn das nicht was was ist, weiß ihr nicht was was ist, verstehst du, wie ich meine? Wir würden uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Audible freuen, das wäre natürlich völlig klar. Also wenn ihr euren Gehörgang mal wieder ein bisschen zappeln lassen wollt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Und da gibt es natürlich das tolle Angebot von Audible. Und ansonsten jetzt weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Ja, Fürstblatt! Ere den Chat! Er kann es noch! Aber ich verliere jetzt die ganze Wave, ich bin schon behind. Okay, können wir nicht. War eine Scheißidee. Ich war so fokussiert. Das ist mal wieder Mute-All. Ich habe den Schande nicht gesehen, Scheiße, Digga. Oh Mann, ey, es ist geil von mir wieder, dass der dabei war, Digga. Also ich bin noch voll im Modus, Leute. Ich bin noch voll drin. Ich bin noch voll drin in dem Game. Als ob das nicht trifft. Wichtig und richtig. Da kann man auch für reinflaschen. Da kann man auch für reinflaschen. Poker ist in den Chat. Der hat deutlich mehr Minions als ich. Ich habe halt zwei Kills. Das Gute ist, dass der halt noch keine Kills hat. Dann wieder Tarkov, ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie sind wir da rausgekommen? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich verstehe das Spiel nicht, aber das war crazy. Ich würde ihn nicht totkriegen. Tausend Gold? Er hat die Ult abgebrochen. Oh, ist das ein geiles Game. Oh, der lebt doch. Ich bin tot. Ich bin einfach mal draufgepisst da auf den. Wir schaffen den, ja. Oh, der muss sterben. Tan Meiser, ha. Ich komme halt gerade gar nicht an den Wand. Aber gut. Das hat sich erledigt. GG, Alter. Da haben wir doch das erste Game direkt gewonnen. Ja, hier oben. Da muss es funktionieren. Bronze 4. Okay, das war tatsächlich Bronze. Round 2. Fight. Gegen Ari in der Mitte. Nein, ich hätte die Kette treffen müssen. Oh, shit. Ich bin so dead. Das war so dumm. Wie dumm ich bin. Oh, wir haben beide so Bock. Wir haben beide so Bock. Ja. Ja. Gibt es hier tatsächlich Leute in meinem Chat, die Tarko vermissen? Das ist ja der Hammer. Was ist das noch erlebender? Ja, okay. Was machst du jetzt? So, jetzt gibt es Ackermatch. Jetzt gibt es Ackermatch. Oh, das Schild, Alter. Das hat mein Leben gesaviert. Oh, Mann. Ich habe meine Kette verkackt. Das sollte ein Easy-Win sein, das Game. Die haben schon aufgegeben. Die Gegner haben einfach schon direkt aufgegeben. Ja, das war ja easy. Bronze 3, 45 LP nach dem zweiten Match. Wir stehen 2-0. Jetzt drittes Game. Mal schauen. Sehr gut, richtig. Easy. Was ist hier schon wieder passiert, Alter? Schon wieder komplette Escalation. Oh, ist das frech. Ich habe mich auch verskillt. Das Problem ist, ich habe mich verskillt. Ich wollte W-Skillen. Ich habe nicht wegeskilled. Ich habe Kugel geskillt. Das kotzt mich an. Dann wäre W-Skill gestorben. Aber egal. Okay, okay. Still doch. Wir haben noch einen Assist bekommen. Das ist okay. Okay. Damn. Egal. Ich habe ihn trotzdem wieder bekommen. Digga, hilft doch. Er macht einfach nichts. Er macht einfach nichts. Hä? Hä? Er ultet sich. Er ultet sich. Jetzt kommen die Gefühle wieder hoch. warum ich mir abgewöhnt habe, League of Legends zu spielen. Jetzt weiß ich wieder, warum ich kein LOL gezockt habe. Alles ins Nichts? Mann, was hat mich denn schon wieder getötet? Ach, ihr Mann, ey. Oh mein Gott. Nicht auf mich. Alter, was passiert da? GG. Ja, wir zerfucken die halt, ne? Das ist halt das Geile. Das ist halt wirklich das Geile, ne? Wir haben auch noch mal wieder ein bisschen hier Punkte gemacht. Wir haben auch noch mal wieder ein bisschen hier Punkte gemacht. Turret. In Turret. Bin willig. Ahahaha. Oh shit. Wir flattern die Ulds durch die Gegend, ne? Das läuft auch. Wir haben Sonja's benutzt. Ich habe Sonja's benutzt. Und das hat sogar was gebracht. Egal, GG. Sehr gut. Einmal den ganzen gemacht. So, 3 von 5. Bronze 2. Wow. An dieser Stelle nochmal großes Dankeschön an Audible, die dieses Video mit unterstützt haben. Double Peace. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung und checkt den Link ab. Und bewertet unseren Podcast natürlich gerne auf Audible. Hau da rein. Tschüss. Danke, Audible. Erstmal jetzt Runde Nummer 4. Wir sind in der Mitte. Wir sind in der Blank. Easy. Und let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Shit. Reicht nicht leider. Doch reicht! Sehr gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verdiene das Game halt, weil... Keine Ahnung. Die da irgendwie so 1v9 gehen. Ja, hier wird es jetzt... Hier wird es jetzt aufs Maul geben. Hektar. Ähm. Okay. I guess. Bin schon fast tot. Ja. Das war's. Das Game ist durch. Das Game ist done. Das Game ist durch. GG. Defeat. Jetzt stehen wir 3-1. So, hier war keiner gut. Wirklich. Sagen wir mal ehrlich. So, letztes Match. Was gibt es jetzt aufs Maul? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Flashes. Wir haben verloren. Defeat in den Chat. Und hier hat er auch den Kill bekommen. Oh no. Oh mein Gott, wieso kann sie denn... Wieso kann sie denn... Wieso kann sie das? E und er haben die getauscht. No way. Ich überlebe das. Ich überlebe das. Jo, alles klar. Dann kommt er da noch angeflattert. Das würde ich jetzt auch nicht helfen. Nein, nein, nein. Ich habe gerade 3 Kills bekommen. Wo ist das? Let's go im Chat. 3 habe ich mir geholt. 3. Was hat mich denn... Was hat mich denn... What? Oh no, was passiert da? I cannot help. Ich habe nichts gesehen. Wer will aufgeben? Ich will nicht surrendern. Ich will nicht surrendern. What? Eigentlich müsste man jetzt einfach nur so meinen letzten Double Kill dann nehmen. Und dann jetzt den Defeat screen. Da spielen wir wieder Tarkov. Und dann können wir mit dem intensiv. Ich will nicht sagen, hier каких dann? Wie geht es nämlich noch so mit dem Moment? Vielen Dank.